Olympia Park, die erste. Olympia Park, die erste. So, jetzt sind wir angekommen im Olympiapark. Es gibt erstmal was zu essen, aber nicht für mich. Und wir laufen jetzt erstmal zum Olympiaturm und dann geht es weiter zum Olympiaberg. Und dann schauen wir mal, wie die Aussicht heute so ist. Heute ist mal wieder ein brutaler Wind hier in München und es wird oben auf dem Olympiaberg wahrscheinlich nicht viel besser werden. Aber naja, dafür sind wir dick eingepackt. So, jetzt sind wir gleich oben und der Olympiaberg, der ist so entstanden, dass hier den ganzen Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg, als München da irgendwie zerbombt wurde oder sowas, haben sich hier aufgeschüttet. Und daraus ist dann der Olympiaberg als so Mahnmal oder so entstanden. Und jetzt ein kleiner Blick über die Stadt. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir tatsächlich oben und die Wolken sind total geil hier. Und das ist einfach unser Lieblingsspot von ganz München. Jetzt sind wir so durchfroren, dass wir jetzt unbedingt irgendwie noch was Warmes zu trinken gebrauchen. Also von dem her, Kaffee oder Tee, Next Stop Sendlinger Tor. Und von der Schi schon auf Kaffee? Total. Ich kann es kaum erwarten. So, und jetzt, nächster Stopp, ist dann jetzt der Musikladen meines Vertrauens. Oh mein Gott. Das war's für heute. Oh Oh